Nichts mehr. Wenn du nicht mehr spielst, kannst du nichts machen. Okay, da war ich schon mal jetzt schlecht. 10 Spiele holen. Einmal gleich für dich gegen ihn. Oh, gut. Ja, 4 ist in Ordnung. Was holen, Mann? Du musst erst mal auf 1,50 beim Klassik kriegen. Das ist super selten auf 1,50. Wenn der verlängert, ohne Plätze. Du musst erst mal kriegen. Du musst Mut haben zu spielen auch. Geld haben. Geld haben nicht zu spielen. Nee, ich bin mit 50 Euro rein. Du musst erst mal weiterzuhalten. Schau dir. Die Drecksau. Dann zahlt er wieder nichts. Ja, auch. Vielleicht. Ich bekomme nicht viel.